Zur Mann 2! Am Nürburgring, das ist in der Nürburgring Nürburgring und der Nürburgring. Wir haben am Nürburgring, ASV Blauen, in der Dizze als Kunde. Danke! Kopf unterseiteln. Sehr schön. Erst durchs Bein. Jetzt ja recht. Zieh! Komm um die Öfte! Komm ran hinten! Komm ran! Komm hinten ran jetzt! Eins. Auffang! Wollen Sie festmachen? Komm! Hier! Beine drüber! Dein Bein drüber! Für meine vier Schulter-Sieger, Willi Weiß, Erzüberg-Abel. Für meine vier kamen nur 65, 48 Kilogramm, Robby Pintschi, Erzüberg-Abel gegen John Heine, ACN. Das ist auch nicht so gut, jawoll! Dragen! Piii-hhh. 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 And ein Bein! Kannst du wieder, komm, kannst du wieder, aber dann eine Seite runter. Komm, 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 komm. Komm, 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 sie klang, dass Wasser rauskommt. Alles ruhig. Sehr ruhig. Komm, Martin, ich mach vier, acht Mal lang. Das tut er auf ein Bein, Richard. Nicht so, nicht so, nicht so. Das ist ein Bein, ein Bein, das letzte. Richard, wenn er seinen Spalt geht, nur noch ein Bein. Dann nicht mehr doppelt, ein Bein. Und einfach so bleiben, einfach so. Genau so bleibst du. Ganz tief, ganz tief, ganz tief. Oben raus, oben raus, oben raus. Richtig, richtig so. Richtig, richtig so. Richtig, richtig so. Herzlichen Dank für die Wies, Schreier. Herzlich Willkommen. Auf bald 3. Kampferende, 2x3. Kampfer 68, 2x3.